Gehen wir danach dann in die nächste Folge wieder nochmal in den Storyablauf. Hmph. 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 So, wie du Kassane mit dem Herrn so gedacht? Ja, genau. Ich bin nicht mit Karren und ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung. Kannst du dich von deinem Freund erzählen? Ich möchte mich auch wissen, wie du Kassane mit dem Mann. Oh ja, hast du gesagt? Ich habe wahrscheinlich nicht gesagt, dass ihr daran macht. Ja, ich habe schon gesagt, dass ihr euch so ein ganzes Mal vertreibes. Ich weiß nicht, dass ihr euch so einen typischen Mal sehen könnt. Ich habe das Gefühl, dass ihr euch so einen normalen Mal sehen könnt. Ich weiß nicht, dass ihr euch so einen langen Mal sehen könnt. Ich hätte es sagen, dass ihr euch so einen langen Mal sehen könnt. Hm. Ich bin ein Mensch, aber wenn ich mich so, dann kann ich mich nicht mehr sagen. Das ist ein schweres Wissen. Ich glaube, Kasone ist mit meinem Freund. Wo ist er? Ich habe auch eine Beziehung, und Kasone ist mit meinem Freund, und er hat sich selbst die Weg zu nehmen. Ja? ja kasane eventuell so ein bisschen ja Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Nein, ich glaube, es hat eine große Erkrankung für mich. Vielen Dank für's Zuschauen, danke. ich kann dich angegriffen das ist so richtig was gibt's ich bin auf dem weg ja 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 Oh. Ich habe noch etwas zu erledigen. Hanabi, wenn du die Situation nicht so schwer machen willst, wäre ich kein Gelegenheit mit uns. Heli? Kassane... Ich habe kein Ziel für mich. Für mich ist es... ... dass es die Kraft ist... ... dass es die Kraft ist... ... dass es... ... dass ich... ... als Yui... ... als Yui... ... als Yui... ... dass es nicht so schwierig ist... ... dass es nur die Informationen gibt. Wenn es sich schwierig ist, dann kann man einfach nur die Informationen geben. Und dann kann man den Ort für Yuito gehen. Oh nein! Du bist nicht so dumm! Ich kann mich nicht gegen Yuito verletzen! Genau. Ich verstehe. Der Begriff ist schrecklich. Aber warum ist das so? Hm. Das ist ein Wettbewerb. Hanna-Bi, ich habe nur noch von Yui zu sprechen. Warum hast du das so lange geholfen? Das ist... Ich habe das... Was für jemanden zu kämpfen, ist es nicht andere, sondern ich denke, dass es sich selbst zu entscheiden. Wie ist es das, was ich zu denken? Ich denke, dass du das andere anstattest, ist, dass du nicht so schnell bist. Ich bin ein bisschen ein bisschen gegründet. Was ist das? Ich bin kein bisschen so. Ich bin schon fertig. Ich bin schon wieder zurück. Die Flan? Vielleicht hast du dich zu sagen? Ich bin schon ein bisschen gegründet. Ich bin schon sicher, ich weiß nicht. Ich wollte dich über die Flanke denken. Ja, warum nur, Kasana? Ja, hast du, Kasana? Hm. Ja, hast du, Kasana? Und zwar richtig. Aber... So bist du halt, ne? Oh. Controller, wieder rausgegangen. Gut, okay, wir haben... ...mit dem gesprochen. Der ist auch... Die ist auch, hatte ich es erledigt. Gibt es im Fernsehen irgendwas Neues? Warte mal. Äh... Äh, naja, es war... ...oder, äh, 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 äh... ...aktivitäten zu überzeugen. Ja, um zu dem bisschen... ...eine Hälfte des Vorsitzenden... ...eine etwas zugestoßen sein könnte... ...äh, die Menschen so sorgen sich um Sicherheit... ...des Vorsitzenden müsste man groß über die Täter freut. Ah, der ist leider nicht mehr ganz so fresh. Das ist wohl richtig, ja. Das ist definitiv richtig. Und da ist leider jemand aus unserem... ...derzeitigen Team für verantwortlich. Ja... ...hab ich im Laden noch irgendwas Neues? Achso, warte mal. Ich wollte ja mal gucken, in der Taschbörse... ...hab ich hier noch... ...ah... ...uhh, relativ teuer. Welle. Hälfte Welle. Kampfbericht B. Okay, aber es gibt ein neuer... ...die Profale Kampfbericht B. Bäh... ...ägerlich. Oh. Den können wir machen. Den können wir machen. Den können wir machen. Den können wir auch machen. Und dann war's das. Achso, der braucht ja auch noch MKs. Der kriegt ne Kraftfeld-MK. Und dann soll das reichen. Ja, Ausrüstung wechseln. Ähm... ...Kraftfeld-MK3, so. Den kann ich ja auch machen. Gut, damit hat sie auch nochmal ne besseren. Und hier unten kommen natürlich dann wieder nur... ...Schmetter-Verstärkung, Schock-Verstärkung, Brand-Verstärkung... ...Sombring, D-D-D-D-D-D-D. Nichts Gutes, nichts Spezielles. Irgendwelche Masken. Visiere, Baki-Masken... Bla, bla. Sachen, die kein Mensch braucht. Baki-Rucksack. Schüsse. Tierpfote, Tierfuß. Oh, warte mal. Hier gibt es Sachen. Was bräuchte ich da? Radrot. Okay, das können wir einmal mitnehmen. Können wir den Leuten noch Geschenke machen hier. Den haben wir schon. Davon brauche ich zwei. Den Eckzeug-Satz bekommt sie. Davon brauche ich auch zwei. Davon brauche ich ein. Davon brauche ich auch ein. Davon brauche ich auch ein. Neue Gerze haben wir schon. Oh, wait. Das sind ja die, wo ich dann zusätzliche Slots freischalten kann. Davon brauche ich theoretisch drei Stück. Das sieht gut aus. Eins, zwei und drei. So, jetzt brauche ich dann aber jeweils auch noch mal. Kann ich das? Ne, geht nicht. Dann brauche ich auch noch mal die dazugehörigen. Ja, das sollte ich haben. Schockeffizienz, Brandverstärkung, Schmetterverstärkung. Ne, Schmetter-Chance auslösen. Okay, ich kann die anderen gar nicht mehr traden, weil ich dafür zu wenig Shit habe. Okay, warte mal. Dann kann ich ja noch die Schmetter-Verstärkung noch zweimal mitnehmen, weil die kann... Nein. Ja. Könnte durchaus wichtig sein. Und eine Schock-Verstärkung für ihn. So. Nein. Gut. Dann verteilen wir jetzt noch Geschenke. Gerne. Oh, Likas, lass ihn zusammen essen. Oh, Likas. Naja, 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 naja. Schau. Auf Stufe 3. Duplikation und Kombo. Ach du, älke Scheiße. Kannst du Kombo-Vision einsetzen, nur weil Kyouka... Uh, mit einem Duplikator aus der Entfernung angreift. Okay. Geil. Interesting. Nein, nicht mit ihm reden. Tatsächlich nicht mit ihm reden, sondern mit dir. Ich nehme noch andere Geschenke für dich. Äh, Krasalina Glückspringer. Krasalina Glückspringer, so. Gerne. Kyouka. Äh, ich... Oh, nein, 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 nein. Mange... Äh, ja, jetzt werde ich auch Seele, Kaffee mehr sage. Genau, ach du Heiliger, okay. So, das war das. Dann habe ich dann noch was. Und zwar, das ist Zhangie O-Mang U-Logie. Gerne. Ihre Wissenschaft haben sich immer noch persönlich interessiert. Okay. Da sie gerade liest, habe ich aber noch ein Geschenk für sie. Und zwar blumige Duftkerzen. Das ist sehr schön, oder? Katzele ist auch sehr hübsch. Sehr gerne. Gut. Okay. Dann habe ich einmal für ihn noch was. Und zwar... Septentrion-Sortensammlung. Ich... 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 Wir sind in der Ansammlung 8, 7, 6 geringer. Ja, habe ich das Update verpasst. Äh, nicht gedacht, dass du gleich damit herausrücken würdest. Ah, Dankeschön. Wir haben sofort analysieren. Der-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er. So, Geschenke. Dann bekommt er noch den Staubwedel. Hmm. aber keine starbwischen nicht mehr doch so ein bisschen stufe drei erreicht hier das ss erholungstempo und kombo fünf der erholungstempo und ss elektronisierung da kannst du kombovision einschalten wobei sie den gegner in der nähe einschließlich im himmel angreift okay in tristigen pinwand einsatz geschenk und schildern erhalten so damit kommt er noch das plugin damit er einen weiteren slot freischaltet danke dir so das heißt ich kann bei schieden in der ausrüstung schieden habe ich nicht mehr im k2 kraft verbessern habe ich hier noch einmal ja dann kommt das da rein so dass wir das dann gehen wir jetzt einmal zu ihr rüber geschenke doch du heilige scheiße kommt als erstes einmal das plugin ist es weg das geht nämlich relativ fix nämlich ist gerne ein plugins lot für arashi freigeschaltet kriegt sie ein set von empfohlenen spiel gut es kann ja nicht überraschung sein wenn du jemand anderen gestatten würdest für dich auszuwählen das war nummer eins wir haben aber auch noch nummero zwei weg zur koffer für dich ganz ganz kundendienst von arashi anwenden kundendienst von arashi anwenden kundendienst von arashi anwenden Ich werde wieder zurück, wenn es wird, wenn es wird, wenn es wird, aber... Das ist bestimmt kurze Cola So, das hätten wir auch Noch noch Geschenke Plug-in, jo Oh, das ist schlecht Damit hat er auch einen Slot dazu bekommen Und dann habe ich hier noch einmal das Set mit den empfohlenen Spielen Meine Güte, du bist aber großzügig Was mir gefällt Oh Das ist ein guter Ort, oder? Das ist ein guter Ort, oder? SRS-Aufladetempo und dann halt auch da Team Stufe 2 erreicht Versteck Missionspaus und Foto dekorieren Da oben ist zum Beispiel eins Hingekommen So, warte mal Dann habe ich jetzt noch in der Ausrüstung Er hat schon ein zweites Sie hat ein Kraftverbessern Drei Habe ich noch ein anderes Gesundheitsschub? Habe ich nicht mehr Schmetterverstärkung bekommt sie Und hier mal Kraftfeld Und ich hatte aber noch ein anderes Genau, Kraftverbessern So, Griff macht ja noch mehr Schaden Gut So Dann sind wir erstmal durch mit den Geschenken Und dem Gedöns Alter Schwede Ja, relativ lange gedauert jetzt 45 Minuten Holy shit So 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 Bis zum nächsten Mal.